Ich hab noch einen Sniper Leiter Ich hab zwei, ich hab fast drei Oh mein Gott Ich hab fast so viele gekillt Der eine chillt auf dem Dach Der eine chillt auf dem Dach Ich hab einen gekillt Ich hab einen gekillt Knock 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 Der hat das glaube ich abgehauen Garner du komm von mir, bitte helf mir Bitte Wo ist der? Bei mir bei mir bei mir Wondshot Auf Dach Hab ihn Ich brauch Bisschen Metall Ich hab so wenig Metall Ich hab 200 Metall Komm Yasser Es reicht schon Ich hab auch 300 Ich geh hier auf den Berg Überlebende 25 Leute wenn ihr gewinnen wollt Dann folg mir Digga ich bin hinter dir Und kommentieren bitte Und liken Gegner haben da gebaut Und abgehackt Digga die haben Edit Battle gemacht Warte ich mach Gegner suchen Digga da ist der komplett weit weg Digga da ist der komplett weit weg Digga da ist der komplett weit weg Ah das Lama Lama Enging lass Lama holen Hier Schau da Ich glaub's nicht Digga Wie sind die Klöten? Ey Schau sie Jawohl Leute Sehr gut Ich kann äh Hallo wir müssen saugen Chilli 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 Nehmt mal Chilli Mets wenn ihr könnt Kaufen Ah jetzt glaub ich gemacht Okay geil Oben haben welche gebaut Ich glaub da sind sogar noch welche Und? Bitte? Komm zu euch Nein lass nicht wir können nochmal laufen Wir haben 4 Jumppads Willst du mich verhorchen? Wir haben nicht mal eins eingesetzt Werden wir gleich Aber bau dich bisschen hoch Geh 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 Sonn ich würd das kaputt machen Ja ich seh gebaut was Lass sie auf Berg gehen Nein unser Lama wird sterben Unser Lama wird sterben Kommt hier auf Berg Hier hin hier hin Auf diesen Berg oder? Wo seid hier kommt er? Lass hier Busch chillen Kommt her Lama Lass hier in Busch chillen Lama ist doch 4 Liga Top 4 Ok Liga Ich glaub oben schneiden Ey oben schneiden welche Oben Lama komm rein Du verrätst uns Oh mein Gott Kommt der rein? Reboots oder was war das? Reboots Schießt Schießt 37 37 Das sind zwei Leute 37 nochmal Nochmal 37 Hab einen genockt von oben Einer wollte euch schneiden Nein Hier hier Kommt Daut ab Mit Launchpad Diese Banane Aber wir haben ihn verhindert Das er halt nur gut macht Ey ich hab ihm 4 23 Geld gegeben Ich muss mich heilen Ich muss mich heilen Ich muss mich heilen Ich hab wieder einen von oben gelockt Wo denn Wo denn? Oben auf dem Berg Scheiße Ich hab einen gekriegt Ich hab einen Ne Ne Du machst doch Eier Ey der ist white Der ist white Der ist white Der ist white Ich geh den pushen Ich geh den pushen Kann einer vielleicht bei mir bleiben? Ich bin schlecht Bei mir Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Ey pass auf Oben sind noch welche Ich hab Gold in der Farm Digga Ey da haben Gegner Banane Gegner haben Banane gepost Banane ist tot Letztes Team 3 gegen 3 3 gegen 3 Ich hab Flash kommt nachher 23 guys 23 guys Ey die sind crack Die sind crack Die sind nicht gut Die sind nicht gut Der bock weiß Ich trau mich hoch Ich trau mich hoch Hab einen, hab einen Ok gut Jaffe ich Ich guck von oben Da Deine ist quick Guck auf gar ich bin oben ich geh sonne 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 noch zwei leute wir geben arena-runde kommt das denn komm her wir werden arena-runde nicht mehr kommt zu mir kommt zu mir ja das ist einer p der ist einer p ich habe gesagt arena ist einfach und es war glaube ich es war ein vererbt und wir haben gewonnen ich habe frei geschenkt es reicht die eierwerfer in gold noch ein sniper das gegner ich hab nur eierwerfer ich mache wo sind jetzt hier bei mir ich bin ich bin im gefahr ich habe einen geholt da ist ein bot da da der checkt nichts das meckermode der checkt nichts da unten ist ein busch ich habe den ich wollte den ich wollte den ich wollte den schulden der ist da ja tot tot habe den umgebracht habe den gelöscht der ist da aber der ist da Ich hab ihn! Hier ist noch einer! Ich brauche Hilfe! Noch einer! Ich bin tot fast! Ich hab Jonathan! Ich hab Jonathan! Noch einer, noch einer Leute! Warte! 1 AP! Ich hab so wenig! Der ist hier! Der killt mich! Da wo ich meine Karte ist, ist einer! Gut! Sehr gut! Pass auf, da kommt noch einer! Find ich nicht! Ich hab kein Launchpad, ne? Scheiße! Unter dir! So ne beloste Banane! Hab einen! Hinter dir! Links! Pass auf! Ist das ein Boot, oder was? So ein Schweinegerät, Digga! Ich hörte ihn jetzt Sandwirtchen! Ich kann nix machen! Ja, wie liegt ihm aufs Wunderhaus? Stirb du kein... Upsi! Und jetzt, ey, jetzt bekommst du zur Kamera! So auf, der kommt! Das macht sehr viel Schaden, die Sohn! Zwei jetzt! Oben, links! Dann können wir vielleicht Sinn drauf gehen! Soll ich den holen? Ach du Scheiße! Nein, 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 nein! Das ist eine Banane! Guck den mal an! Ja, der ist schlecht! Wie kommt so ein Bob in Endfight? Digga, der wäre der Beste eigentlich! Okay, okay, okay! Ehingi, aber wenn du es schaffst! Ich weiß nicht! Sag einfach, ich schaff das nicht! Du schaffst das! Noch! Jeder ist Solo! Jeder ist Solo grad! Jeder ist Solo! Vier Teams, vier Leute! Einer kommt! Pass auf! Oh, gut! Wenn der springt, ist der tot! Ey, entgegen wird es so ein Bob holen können! Oh mein Gott! Habest du gesehen, was ich mit dir gemacht habe? Schnell! Schnell, schnell, schnell! Lass uns splashen! Hier, ich bin voll Mads, ne? Ich bin voll Mads, ne? Ich bin alles voll Mads! Ehing! Hau jetzt alles groß! Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen! Das ist eine Big Echse, wenn du willst! Nein, nein, nein! Sollen wir Big Echsen? Nein! Der ist bei mir! Ja, du kannst versuchen! Und dann machst du endlich vielleicht! Bei mir! Der hat... Der hat... Hier! Nein! Der ist so weit! Der ist so weit! Nein! Ehinging, willst du immer noch spitzacken? Ja! Gut! noch ein schaden die krank da hält sich das verfrecken lassen engel wenn du das schaffst du bist der krasseste wer ist runter da ist er hinter der ecke guckt damit seinen fetten kopf ich habe gesagt bitte sagt ihr habt wir haben 2020 geboren ich habe hier sagt mir doch sechs skills der sinn wie viel hast du drück vier eck oder ich hab fünf ich hab drei wir macht zehn geile runde hätten hätten wir noch zwei kids